Oh, bin ich endlich zu Hause? Ihre Taschen, Fräulein! Lassen Sie mich helfen! Bitte schön! Und passen Sie auf, dass Sie nichts kaputt machen! Das ist alles teuer! Shopping ist so anstrengend! Ich war in jedem Laden! Ma'am, Ihre Hausschuhe! Das Leben ist super, wenn man ein Dienstmädchen hat! Na, ich bin zu Hause! Ich habe dich so sehr vermisst! Das Zeichen hängt nicht gerade, aber das ist schon okay! Was für ein harter Tag bei der Arbeit! Ich bin kaputt! Es ist okay, ich bin ja zu Hause, nicht wahr? Das ist die Hauptsache! Ich glaube, es wäre eine gute Idee, sich umzuziehen! Ah, ich liebe meinen Kleiderschrank! Ich habe so viele süße Anziehsachen! Wo ist meine Lieblingsrobe? Perfekt! Ich fühle mich wie eine echte Königin! Nicht schlecht, aber nicht so elegant! Ich brauche etwas Neues! Was haben wir sonst noch hier? Oh, was denkst du? Zu dunkel! Ich glaube, ich schaue nochmal nach! Ich hoffe, das ist okay! Ein bisschen Glanz hat noch niemandem geschadet! Wow! Das ist es! Ich bin ein Star! Ich möchte alles ausziehen! Und meine Hauskleidung anziehen! Super! Das ist schon viel bequemer! Ich liebe Komfort! Wenn der ganze Kleiderschrank auf einen Stuhl passt, braucht man nicht so lange, um zu entscheiden! Es ist Abend! Ich frage mich, was es zum Abendessen gibt! Natürlich! Bediene mich mit etwas Leckerem! Mal sehen, was auf der Speisekarte steht! Hm, nicht das! Nein, das auch nicht! Heute nicht! Das esse ich nicht! Entscheidungen, Entscheidungen! Ich glaube, das passt! Es sieht so lecker aus! Und das Wichtigste ist, dass es teuer ist! Okay, ich kann bestellen! Ich glaube, das war's! Ich hoffe, dass ich nicht so lange warten muss! Oh, es ist fertig! Wunderbar! Was für ein großartiger Service! Hm, goldene, gebratene Nudeln! Sie riechen so gut! Wow! Wer kann echt im Goldschirm widerstehen? Ich bin so hungrig! Ich könnte einen Elefanten aufessen! Instant Nudeln! Das wäre jetzt richtig passend! Oh ja, ich habe vergessen, das Wasser aufzukochen! Ich werde so leicht abgelenkt! Das ist super! Ein sehr sättigendes Abendessen! Ah, und es ist auch noch so gut! Ich liebe Instant Nudeln! Aber ich hasse es, dass sie so schnell alle sind! Fräulein Niki, hier ist ihr Cocktail! Genauso wie Sie ihn mögen! Ich hoffe, Sie genießen ihn, Fräulein! Ein Mikrofon! Ja, natürlich! Wie konnte ich das nur vergessen? Ich liebe Geld! Und Karaoke! Oh, großartige Musik! Herzthaft, sie ist super! Lasst uns feiern, Mädels! Das ist gut! Ich frage mich, wer das ist! Wie? Das war's? Schon? Das ist nicht fair! Tut mir leid, Mädels, ich habe nicht viel Zeit! Es ist immer so! Es fing gerade erst an, interessant zu werden! Okay, wir kommen morgen wieder zurück! Na, das heiße Wasser ist wieder abgestellt! Gut, dass etwas Brühe nach dem Abendessen übrig geblieben ist! Hm, super! Wie wäre es mit so einem Peeling? Und meine Haut ist so weich! Oh nein, was ist das für ein komisches Geräusch? Wie schlimm! Ich werde taub! Es ist so gruselig! Ruhe! Sie muss scherzen! Ich liebe es zu singen! Ich glaube, ich mache das ganz gut! Oh nein, meine Haare sind wieder schmutzig! Was soll ich tun? Wie soll man ohne Wasser leben? Ich glaube, ich habe eine großartige Idee! Milch! Sie ist super für die Haare! Cool! Warum ist mir das nicht eingefallen? Und den Rest kann ich austrinken! Rücklagen können lecker sein, weißt du? Die Reporter kriegen nicht genug von Nickys luxuriösem Lebensstil! Oh, ich habe gar keine Zeit! Nicky! Nur ein Wort! Wir werden dir nicht viel Zeit rauben! Deine Fans sind verzweifelt und wollen ein neues Interview! Gut, was kann ich tun? Was meinst du, wie hoch ist dein Nettoeinkommen? Uff, keine Ahnung! Im Moment ist es unzählbar! Wie schaffst du es immer so gut auszusehen? Mit Geld kann man alles kaufen! Jetzt nur noch ein paar Bilder für das Titelblatt des Magazins! Großartig! Das wird sich wie warme Semmeln verkaufen! Hm, das ist gut! Was steht hier? Ja, sie haben sich dieses Mal übertroffen! Ich möchte ein gutes Foto schießen! Oh, aber dieser Hintergrund ist schrecklich! Egal, ich werde mir schon noch etwas einfallen lassen! Nein, das ist nicht gut! Hier sieht man gar nichts! Das Licht ist schrecklich! Die Lampe wird mich retten! Das ist großartig! Es sieht so aus, als hätte es ein Profi-Fotograf geschossen! Die Leute werden verrückt danach sein! Es ist perfekt! Ich wollte schon seit langem mein Profilbild erneuern! Wie sehe ich aus? Ich glaube, ich muss mein Make-up etwas auffrischen! Oh nein! Was ist das? Das kann nicht wahr sein! Sind das... Falten? Das ist ja schrecklich! Holt mir eine Kosmetikerin! Sofort! Beeilt euch! Es geht hier um Leben und Tod! Falten! Sehen Sie? Ich habe Falten! Tun Sie doch etwas! Ich werde alles zahlen! Keine Sorge, diese Goldmaske wird Ihnen definitiv helfen! Puh! Ich hasse Falten! Mein schlimmster Albtraum! Hm? Na, das ist ja... Mal anders, denke ich! Hm, was für ein leckeres Omelett! Ich könnte es ganz aufessen! Aber sein Schicksal ist etwas anders! Schneiden wir es ein bisschen! Und hier kürzen! Perfekt! Jetzt ist meine Eiergesichtsmaske bereit zum Benutzen! Die Falten werden in kürzester Zeit verschwinden! Mir ist so langweilig zu Hause! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Echt? Aber ich hatte so hohe Erwartungen an dich! Wie immer! Was ist das alles? Soll ich etwas lesen? Nein, das ist so langweilig! Nicht für mich! Gibt es etwas Neues auf den sozialen Netzwerken? Blödsinn! Ich weiß ja schon alles über mich! Was soll ich tun? Wie wäre es mit dem Theater? Oder einem Film? Aber ich bin zu faul, irgendwo hinzugehen! Natürlich! Ich kann das Theater zu mir kommen lassen! Oh, armer Jorik! Wie wunderbar! Ich liebe es! Mach weiter! Sein oder nicht sein? Was ist hier die Frage? Hey, pass auf! Was ist los? Oh nein, er war mein bester Freund! Das ist ja schrecklich! Was für eine interessante Produktion! Aber ein bisschen traurig! Unglaublich! Wie konntest du nur? Hau ab! Ich will dich nicht mehr sehen! Halunke! Oh, es ist vorbei! Das ist unglaublich! Das ist eine Katastrophe! Wir werden alle sterben! Das ist so traurig! Ich bin sprachlos! Was denkst du, tust du da? Wage es ja nicht, mich anzuschreien! Ich werde es nicht zulassen, dass du ein Mädchen beleidigst! Ich fordere dich zu einem Duell heraus! Die Show ist vorbei! Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat! Oh ja, das hat sie! Bravo! Das war unglaublich! Fräulein Niki, kann ich ein Foto von uns machen? Oh ja, natürlich! Was für eine Frage ist das überhaupt? Ich werde auch ein paar Selfies machen! Man sieht, wer hier der echte Star ist! Was ist los? Ich kann gar nicht schlafen! Ich habe diese Schlaflosigkeit so satt! Wow! Was für interessante Schatten! Das ist so cool! Er sieht aus wie ein Hase! Ich kann mit ihnen etwas Interessantes anstellen! Natürlich! Ein Schattentheater! Das wäre sehr aufregend! Hier ist ein Wolf, der seine Zähne zeigt! Hier kommt ein Eichhörnchen! Großartig! Und ein hüpfender kleiner Hase! Ich glaube, er steckt in Gefahr! Ah! Renn um dein Leben, Hase! Dieser schreckliche Wolf kriegt dich noch! Ja, Schattentheater ist super! Und jetzt kann ich mich endlich ausruhen! Oh ja! Wie konnte ich nur vergessen, mein neues Foto hochzuladen! Ich glaube, es wird allen gefallen! Oh! Einen Daumen nach oben von meiner Mama! Sie gibt meinen Fotos immer einen Daumen nach oben! Gut! Es wird Zeit zu schlafen! Oh! Da ist wieder dieser schreckliche Lärm! Wann endet das endlich? Gute Nacht, Lori! Das war's! Es wird Zeit zu schlafen! Es war ein richtig langer Tag! Oh nein! Neue Selfies! Ich habe sie total vergessen! Was macht der Feed von allen bloß ohne mich? Bitteschön! Ja! Ich bin so hübsch! Sogar noch mysteriöser! Ich glaube, das ist das Richtige! So! Großartig! Ich frage mich, wie viele Daumen nach oben ich heute bekomme! Wow! Schon ein paar Tausende? Jetzt kann ich in Ruhe schlafen! Haben dir diese Sketche darüber, wie ein armes und ein reiches Mädchen ihre Abende verbringen gefallen? Lass uns in den Kommentaren wissen, wer dir besser gefallen hat! Und vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, damit du die interessantesten Videos über reiche und arme Charaktere auf Tumtum Wow nicht mehr verpasst!